Weiter geht's in Alien Isolation und wir werden von den ziegsten Sicherheitsleuten gejagt. Nein, hier ist niemand. Er geht wieder zurück. Okay. Okay, er geht wieder. Ich habe keine Ahnung, ob der nochmal wieder zurückkommt. Okay, da ist er schon mal nicht mehr. Das Problem ist... Das Problem ist, die Typen sind mir ja auf den Fersen. Und ich muss da hinten rum und ich muss an diesen Scheiß-Dings. Ich muss an dieses fucking Terminal. So, Ordner fehlerhaft. Was ist da oben los? Ich habe einen Anruf erwartet. Ich wollte bitte warten. Ruf nochmal bla bla bla. Hallo, mein Hiwi-Android erhält's. Was? Bitte warten. Audio-Fehler. Zubehör nichts. Hat er noch was dabei, was ich mitnehmen kann? Nein, ist alles voll. Jetzt nehmen wir mal eben die Pumpgun ran. und schaue mal kurz, was hier oben abgeht. Ist da jemand? Da steht einer. Fork. Fork. Da steht einer und ich komme nicht dran vorbei, ne? Was machen wir jetzt? Gehen wir jetzt einmal hier rum? Ich könnte jetzt natürlich auch einmal hier rum gehen und gucken. Ah, da hinten ist wieder einer. Scheiße. Das steht einer in der Tür. Komm, hau ab. Hau ab. Ich sehe den ganz genau. Der steht da hinten in der Tür. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo ich eigentlich so hin muss. Jetzt muss ich mal eben hier gucken. Warte mal eben schnell. Ich muss ja eigentlich weiter geradeaus durch, ne? Steht da mit dem Rücken zu mir. Dann gehe ich mal eben schnell hier runter. Schleichen wir uns mal eben hier vorbei. Ich hoffe, das funktioniert so. Short kann ich nicht mehr weiter einsammeln. Dann gehen wir hier. Dann gehen wir hier. Oh, fuck. Dann lass mich mal eben hier verstecken. Der geht ja hoffentlich an mir vorüber, ne? Bitte. Wenn ja. Dann gehe an mir vorüber. Dann kann ich eventuell da hinten in die Sicherheitstür rein. Ich hoffe jetzt nur, dass hier kein anderer kommt. Ich sehe auch nichts gerade. Ich will auch nicht den Motion Tracker nutzen. Der steht hier irgendwie. Bist du noch da? Bestimmt, hierher zu kommen. Da kommt er wieder. Scheiße. Scheiße. Ich kann mich auch nicht rüberlehnen. Mist. Da sehe ich ihn noch. Irgendwer muss doch wissen, was hier los ist. Ja. Gehst du zurück? Geh bitte zurück. Jetzt ist er weg. Okay, er geht zurück. Jetzt bleibt er da hinten hoffentlich stehen. Und ich kann hier einmal runter. Okay. Jetzt ist nur die Frage, kommt er wieder hier hin? Weil wenn er wieder hier hinkommt, dann brauche ich die Tür jetzt gar nicht losschneiden, weil sonst habe ich den direkt an der Hacke. Ja, da kommen da. Es ist ewig hier, seit ich zuletzt geschlafen habe. Schön für dich. Gehst du wieder zurück, bitte? Scheiße, 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 scheiße. Bitte sieh mich nicht. Fuck. Okay, dann benutzen wir jetzt den Ionen-Schneider. Mach voran, Baby. Schön schnell. Und bitte einmal die Tür abziehen. Komm, du schaffst das. Es war so laut, dass alle Aliens und alle komischen Typen hier irgendwie aufmerksam hätten werden müssen. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So, wo sind wir denn jetzt gelandet? Lass mich mal eben gucken, was kann ich noch machen? Medikit. Klicken und zu basteln. Danke. Dann kann ich machen einen... Eine EMP-Mine kann ich noch nicht machen. Aber ein Medikit. Ja, danke schön. Jetzt ist hier die Frage. Ist Hegemon? Ich komme jetzt in diesen großen Raum rein. Und hier ist, glaube ich, gerade keiner, oder? Ist hier jemand von den Jungs? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt bin ich gerade etwas überfragt. Wow. Scheiße. Da ist einer. Ich gehe nochmal die andere Seite rum. Okay, dann Neuverkabelung. Und bitte einmal die Luftreinigung. Und die Beleuchtung ausmachen. Ich... Oh. Okay, ich glaube, ich gehe hier nochmal raus. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss hier doch nochmal... Warte mal eben. Ich bin in den Raum reingekommen, ja. Ich muss aber doch da hinten rein. Okay, eh klettern. Ich kletter nochmal gerade zurück. Ich glaube, ich muss doch hinten bei dem einen Typen rum. Muss nur gucken, dass der nicht gerade hier am Start ist. Okay, der geht da gerade da hinten rum. Dann gehe ich mal eben schnell hier rein. Und gehe jetzt mal eben hier hoch. Ich muss ja wahrscheinlich hier hoch, ne? Dann gehe ich jetzt mal einfach mal von aus. Und ich hoffe, hier ist jetzt auch keiner mehr, weil sonst... Die Jungs gehen mir echt auf den Sack. Jetzt mal eben schnell speichern. Wahrscheinlich ist hinter der Tür direkt einer. Okay, Moment mal. Ich verstecke mich mal eben kurz hier hinter dem Dings, um zu gucken, was hier auf der... Riccardo, ich muss nach rechts rum. Und dann nach unten finden sie Riccardo. Gut, dann suchen wir mal den guten Riccardo. Es ist hier ein bisschen dunkel. Ich gebe es zu. Aber es hat nun mal so seine Gründe, dass es hier dunkel ist. Ich könnte hier jetzt rein, da möchte ich aber nicht hin. Ich muss nach da hinten. Ich gehe mal weiter. Bei meinem Glück werde ich Riccardo finden. Ich hoffe es zumindest. Eben nutzen. Was kommt denn da raus? Kommt nichts raus. Kommt hier was raus? Cool. Ist da was Cooles drin? Nein, ist nichts drin. Was ja wieder klar war. Ich werde aber mal kurz hier einmal noch reingehen. Finden sie Riccardo. Da komme ich nicht... Da komme ich nicht weiter. Ich muss die Treppe hoch. Ich muss die Treppe hoch. Finden sie das Observatorium der Sevastopol. Ja, mach mal bitte Tür auf. Okay, ich muss noch... Okay. Die Tür ist verschlossen. Kommunikationszentrum. Da muss ich hin. Aber will ich denn hier hin? Coms Control. Aufzug rufen. Ja, da muss ich ja eigentlich hin, ne? Er ist gesperrt. Ja, ich habe keine andere Möglichkeit als hier hin zu gehen. Okay. Dann warten wir mal auf den Aufzug. Und, äh, bitteschön. Das mit dem Schleichen ging jetzt doch wesentlich besser als ich dachte. Weil ich habe gedacht, ich komme an den einen Typen nicht vorbei. Aber das, äh, war wohl, äh, doch spielsichern. Doch ein, ähm, etwas, ja, so ein bisschen doch Spaziergang, wenn man weiß, was man machen muss. Aber das weiß man ja erst hinterher, ne? Tür ist verschlossen. Immer mal eben kurz die Lörtüchte an. Jetzt ist hier jetzt gerade nur die Frage. Haben wir hier noch was? Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht, okay. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet. Scheiße, okay. Die Jungs sind, ich muss nach links. Mh, okay, ich muss nach links. Finden Sie das Observatorium der Silvastopol? Apollo lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay, okay. Okay, ich gehe mal hier links rum. Na, fuck, ich muss nach unten. Da bleibt jetzt kein Weg übrig. Ich muss nur gucken, wo die Jungs sind. Geht es dir? Alles klar. Okay, hier ist gerade keiner. Ich hoffe, hier ist jetzt auch gerade keiner. Okay, hier ist die Tür verschlossen. Okay, gut. Wir sind, glaube ich, auf einem guten Wege. Wir sind auf einem guten Wege, aber hier ist die Tür verschlossen. Das heißt, ich muss hier nochmal eben mit dem Ionenschneider ran. Und schnibbeln wir mal kurz hier einmal rum. Alles klar. Hebel, rechte Maustaste und bam. Gib ihm. Das müsste jetzt der richtige Weg sein. Hier liegt noch einer rum. Kann ich mir den mal angucken gerade? Ja, hier. Halt. Suche, suche, suche. Suche. Suche? Mein Freund, ich hatte doch gerade hier eine Suche. So. Okay. Hier kann ich nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Okay, ich muss hoch. Dann gehen wir mal hoch. Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrents zu finden. Wir haben ja noch Kassetten liegen. Ey, Alter, in welchem Jahr sind wir denn hier? Ey, die haben noch Kassetten. Das ist 2.100 irgendwas. Ist ja der bescheuert. Mit Tasten bewegen, Angleichen und Eingabe drücken zum Bestätigen. Okay. Was? Äh. Damp. Moment. Was ist das denn jetzt hier wieder? Das gibt's doch nicht, oder? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo, wie? Was? Was? Um Himmels Willen, wie soll ich das machen? Eingabe mit Tasten bewegen, angleichen und Eingabe drücken zu bestätigen. Okay. Okay. Ey, das raffe ich jetzt gerade nicht, dieses Game hier. Overlook, fail. Krass. Das, 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 das. Was? Overlook, fail. What the fuck? Eingabe mit Tasten bewegen, angleichen und Eingabe drücken zum Bestätigen. Aha, das war es jetzt, oder was? Was? Okay. Ah, fuck. Ey, das muss ich mir mal angucken. Das ist doch irgendwie nicht mehr normal, oder? Oberloch fail. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich bin mir nicht das, ich weiß nicht genau das System. Ich bin mir nicht das, ich bin es. Muss ich da jetzt hochdrücken? Overlock fail. What the fuck? Ich muss das echt nachgucken. Also Leute, ich bin hier gerade so ein kleines bisschen überfordert mit Eingabetasten bewegen, angleichen und Eingabe drücken zu bestätigen. Muss ich mir echt angucken. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sitze ich hier gerade so ein bisschen vor einem Rätsel. Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich dieses Rätsel löse. Also bis dahin alles Gute. Ciao.